Hallo, ich zeige dir nun, wie du Schritt für Schritt zu deinem eigenen Artikel kommst in der Zusammenfassung. Du gehst hier auf Beiträge und dann erstellen im Backend von Blank Magazin. Als erstes vergibst du eine Überschrift für deinen Artikel, die sogenannte Headline, wie man sie aus der Zeitung auch kennt. Zum Beispiel sage ich jetzt hier Test. Dann entsteht darunter ein sogenannter Permalink, das ist der Link, der immer zu deinem Artikel führt. Diesen kannst du auch, wenn du möchtest, hier bearbeiten und hier einen individuellen Text einfügen. Achte aber bitte darauf, dass du hier nur Buchstaben und keine Sonderzeichen und Umlaute einfügen kannst und bitte auch keine Leerzeichen. Dann hast du hier die Möglichkeit, deinen Text einzufügen in diesem Fenster. Zum Beispiel füge ich hier jetzt einen Beispieltext ein. Wenn du aus Word einen Text kopierst, nutze hier bitte diese Funktion, denn damit werden alle Formatierungen, die du in Word gesetzt hast, insbesondere die Schriftart gelöscht. Als nächstes setzt du hier die Formatvorlage, wenn sie eh nicht schon gesetzt ist, auf Standard, wenn es sich um einen Standardtext handelt. Dann nutzt du hier das Feld Kategorien. Damit ordnest du deinen Artikel genauer in ein bestimmtes Themenfeld ein. Zum Beispiel ins Themenfeld Abgelichtet, Campus, Draufgeschaut etc. Du kannst ein oder mehrere Kategorien anhaken. Als Vorletztes vergibst du hier Schlagworte. Schlagworte sind so Themenschlagworte, die deinen Artikel umschreiben. Wenn es sich zum Beispiel um einen Artikel um Angela Merkel handelt, dann vergibst du als Schlagworte Angela Merkel, Deutschland, Regierung, Bundeskanzlerin etc. Als letztes legst du hier ein Beitragsbild fest. Das funktioniert hier in der Mediathek. Einfach die Datei hochladen und dann als Beitragsbild festlegen. Wenn du diesen Artikel nun fertig hast, gehst du hier auf Speichern und sagst ihm mal Bescheid, damit er ihn Korrektur liest. Wenn das schon geschehen ist, kannst du den Beitrag hier veröffentlichen oder wenn du möchtest, hier deinen Artikel zu einem bestimmten Datum und Uhrzeit planen, sodass er dann dort veröffentlicht wird. In diesem Sinne, viel Spaß beim Bloggen.